gut dass schlammig war dann war es nicht ganz so hart toll und ich darf sie hier wieder aus der scheiße retten wir gehen jetzt erstmal ins wasser wird so ein bisschen sauberer das könnte ich gebrauchen das bewahre ich für später auf jemand hier heute hier einmal wo sind sie ich muss sie finden zusammen mit dem wegweiser ist es gar nicht verkehrt erkennt man wenigstens wo man lang muss wenn man das nicht mehr hat der berg mit silberkrone ich bin fast da ich bin fast da so ungefähr zehn kilometer ich muss dorthin mal eine fehler geklaut ja und jetzt darüber aber wie kommen wir hier dann runter ich kann noch hier rüber springen mega mutig ich habe nicht gedacht dass wir das schaffen ich weiß nicht ich glaube nicht dass die affen hier so ein sehr gewusstes problem sind weiter das nenne ich mal sportlich ein feuer hier muss jemand sein hallo jona miguel hört mich jemand wo seid ihr ich hätte nicht gedacht dass der sturm so heftig wird fähigkeitspunkt verfügbar kaufen sie neue fähigkeiten mit durch die perrungene fähigkeitspunkte der den dolch niemals nehmen dürfen ich hoffe dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes dorf zerstört wurde sie scheint ein bisschen einsichtiger zu sein diese katastrophen stoppen bevor es zu spät ist zum freischalten angrenzte fähigkeiten aktivieren sind denn angrenzende fähigkeiten also müssen weiß hinterlegt sein zwei punkte habe ich noch griff des adlers erhöht die chance seltene tiere zu finden schritte hoher ziehen springe landung stürze sind leiser okay das kann schon hilfreich sein also ich habe keine fähigkeitspunkte mehr ok jetzt noch mal was zum einsammeln wo musst du jetzt lang in die richtung ein teil des flugzeugs ist hier gelandet meine sachen sind in der fracht ich muss sie losschneiden ohne werkzeug kann ich das nicht öffnen ich brauche was zum durchschneiden ich habe ja auch kein messer oder so ne in dem teil des fracks könnten scharfe metallteile sein vielleicht ein teil aus dem wrack das war ja wieder total clever jetzt ist das wrack weg kann ich da tauchen oder das gefällt mir ja naja also mir gefällt es ja wirklich schaß drauf also ich will es ja auch spielen das war kein ding so oh die schminderne muräne die gehen wir ja auf den sackel überall muränen so jetzt kann ich das auch aufschneiden hier war das gut aber es ist stopp ich muss es irgendwie schärfen oh ist da irgendwas zum schärfen ein stein oder so super ich sehe zwar hier tausend sachen aber ich brauche hier irgendwas was mir helfen kann wo ich was schärfen kann ein stein oder so ich muss ja wohl nicht hier irgendwie groß durch den dschungel laufen um hier irgendwie so einen schlafstein zu finden oder doch oder doch genau was ich gesucht habe nur ein bisschen zu wenig oh okay also muss ich jetzt hier doch rumlaufen und die nächste kiste finden die nächste blaue kiste hoffe die ist nicht allzu weit weg ah da ist sie da oben okay das war wohl ein satz mit x ich habe eigentlich gedacht ist da vorhin so gut hochgeklettert dass sie wenn sie jetzt gerade ausspringt diese diese art schaukel nimmt oder so ja genau die habe ich auch warum geht das jetzt nicht verstehe ich nicht wird mir das sogar angezeigt das komme ich doch da gar nicht hoch noch nur jetzt hier drücke nur das da die liane und da muss ich hin aber sie geht ja normal gefällt mir gerade mal was ein wir versuchen mal was anderes wahrscheinlich laufe ich einfach falsch vielleicht kommen wir auch so hier hoch genau ja das war wieder mein fehler aber ich es nicht gesehen habe hier ist jetzt die kiste ich habe alles was ich brauche jetzt zurück ins lager okay ich habe jetzt schon hochgedeckt bevor wieder irgendeine Moräne kommt zwei nette aus aber da ist nicht das lager da ist das lager und da schneiden wir jetzt das seil durch aber hier nehmen wir auch ein paar bären mit für was auch immer die gut sind es muss schärfer sein nicht scharf genug ich habe doch alles eingesammelt waffenherstellung messer finde ich aber auch sehr interessant weil erst dieses wir sollen die sachen sammeln dann kann sie schärf genug sein jetzt müssen wir uns müssen wir selber messer herstellen naja okay egal wir nehmen es mal so hin irgendwas hält die vorräte noch ja da oben ja meine ausrüstung endlich so ich hoffe sie hat alle knarren drin alle waffen ja super bogen ja warum habe ich nicht alles zusammen gepackt naja okay bisschen fehlt was aber egal das kraft jemand da kommen miguel wo bist du verdammt so dann wann wir hier mal ein seil klettern wir hier mal rüber hey das ist aber eine tiefe schlucht wenn wir da runter fallen haben wir auch wieder spaß ok runter miguel das gefällt mir gar nicht miguel wo bist du oh nein oh was ist denn das überall blut michael 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 ich glaube der liegt da hinten oder hat er da noch mal was angezeigt ja ja beschreibung eines monsters so dann gehen wir mal nach oben hier gehen auch die blutspuren lang hier wird ja wohl michael sein aber ja 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 eu alter schwede haben sie mit dem gemacht heftige szene sah ich euch ich hoffe da hilft nur der bogen oder ruhig bleiben noch einer hier muss ich vorsichtig sein aber auch hinter uns gucken wir also wie gesagt das sind die greifen nicht immer von vorne an mich immer ein bisschen stört an wenn man mit joypad spielt dass die steuerung immer so langsam ist gerade was so das aiming angeht ich bin mausspieler ja jetzt hinterher oder wie ja das war es schon wieder oder man 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 das ist es ja ich vermisse doch mal sterben wenn ich immer dieselben sei jetzt ist aber ruhe hier alter da gehen wir so auf den sack ständig haben andere ständig habe ich drauf geschossen ist sie nicht normal wer glück haben ist hier seit und lässt uns das war eine knappe aktion hier okay der kann den auch fressen die fressen ja alles man 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 ja das zielen das müssen wir nochmal üben aber ganz klar ganz klar ganz klar ja von wegen ja aiming da mal nach rechts und links vorbeischießen also eine scheiße gibt es ja nicht das ist ja laura die muss schön treffen